JETZKUNST JETZKUNST Wir haben immer gedacht, es wäre so super, ein Wärmissasch zu haben, wenn wir eine Kulturwürfstellung auf dem Land stattfinden, eine Kombination zwischen Tradition, das wäre jetzt gerade Christin Lutherburger, und der Moderne, das wäre der Kunstwerk, den ihr alle betrachten könnt. Mein Name ist Rolf Zunstedt, der Geschäftsführer von der GARZ-Dichtung, der Organisator von der JETZKUNSTDURSTELLUNG. Meine Damen und Herren, bereits zum zweiten Mal sind Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz hier in Schüpfen zur Plastikausstellung JETZKUNST zusammenbekommen. Ich hoffe, dass Sie auch in die Vorredner verlockend das haben wir noch gesagt. Gut, also ich begrüße Sie auch herzlich, also Künstler und Künstlerinnen, und im Namen der Jury, also Nierka Steiner, Christiner Brücker, Bruno Plätzler, haben wir drei Tage tatsächlich in Kelsur die Jury gemacht, vor einem Jahr. Künstler und Künstler im Auftrag des Lieds und in der Gare im Auftrag des Lieds und in der Gare im Auftrag des Lieds Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.